Nachdem wir in der Brocke gewesen sind und auch das begleitete Wohnen gesehen haben, möchten wir euch heute die dritte Institution zeigen und das ist das GOR Aargau-Süd. Jetzt sind wir hier in diesem Raum, wo Gottesdienst stattfindet. Das sieht aber aus wie ein Multifunktionsraum. Kathi, kann man diesen Raum auch umgestalten? Wir möchten diesen Raum natürlich für verschiedene Sachen brauchen. Zum Beispiel ist am Dienstag am Morgen ein Turnen. Und wir haben auch geplant, dass wir mit dem Babysong anfangen würden. Was wir uns wirklich sehr freuen, ist, dass wir zum Beispiel hier auch die Töre, das ist eine Schiebtöre, öffnen und dass wir einst im Monat dann eine Cafeteria anbieten möchten. Hauptsächlich an einem Samstag, wenn es viele Brocke-Kunden hat, hoffentlich. Und da freut sich unser Team ganz fest darauf. Und was wir auch möchten ausprobieren, ist, dass wir so einst im Monat einen Mittagstisch anbieten könnten. Auch gerade vor allem für Familien, die vielleicht nicht zu viel Geld ausgeben können, wenn sie ins Restaurant gehen. Aber ein feines und günstiges Menü, so fünf, sechs Franken pro Person. Was ist dann dort hinter dem Vorhang? Das ist der Kleinsaal und der wird gebraucht für einen Gemeinschafts-Nahmittag, den wir jeden Donnerstag am Nachmittag für Senioren anbieten. Und diesen Vorhang kann man auch aufmachen. Sagen wir, wenn es jetzt einen grösseren Anlass gibt oder mehr Leute kommen vielleicht mit der Zeit, dann kann man auch gerade diesen Raum brauchen dann für den Sonntag, für den Gottesdienst oder eben dann sicher für die Eröffnungsfeier, wenn es mehr Leute gibt. Jetzt haben wir in allen drei Institutionen einen kleinen Einblick bekommen. Wenn es euch Wunder nimmt, wie es sonst aussieht, kommen wir doch einfach an die Eröffnung. Am Samstag hat die Brocki Tag der offenen Tür und am Sonntag ist der grosse Festgottesdienst vom Chor. Und die sind herzlich eingeladen.